Bitcoin kaufen und sicher verwahren ist für viele Menschen, für die meisten Menschen vielleicht sogar im ersten Schritt eine große Herausforderung. Darum habe ich mir vorgenommen, eine Serie von Videos oder Tutorials, Coaching-Videos zu machen. Viele von diesen Videos werden auch einfach von Englisch ins Deutsche gedubbt oder übersetzt. Man braucht das Radio auch nicht neu erfinden. Also da geht es wirklich um ganz simple Basics, die ich dir irgendwie weitergeben möchte, beibringen möchte, damit du dich sicher fühlst. Also wenn es um Sicherheit geht, Privatsphäre geht, wenn es um die sichere Aufbewahrung oder Verwahrung geht, deine Bitcoins beginnen mit einem Hardware Wallet. In diesem Sinn, mein Name ist Kevan Davani, ich bin der Host, der Moderator der Total Connector Show und der Total Bitcoin Podcast Show und wir sehen uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zur Total Bitcoin Podcast Show und zur Total Connector Show. Ich möchte beginnen mit einem Tutorial über das Hardware Wallet, weil das wirklich das einfachste ist oder das allgemein bekannteste, nämlich Trezor Hardware Wallet. Da gibt es zwei Modelle, Trezor One und das Modell T, Trezor T. Ich werde mich aber zweckseinfachkeithalber jetzt nur mal auf das Trezor One beschränken, weil ich selber auch damit Erfahrung gemacht hatte oder gemacht habe. Und schauen wir uns jetzt zunächst einmal die verschiedenen Materialien, die Informationen an. Zunächst einmal gibt es die Webseite trezor.io, dann gibt es noch wallet.trezor.io. Sobald du dein Hardware Wallet hast, also einfachkeithalber reden wir einfach nur mal vom Trezor One, gehst du auf trezor.io und da kannst du im Prinzip ganz einfach selektieren, welches Hardware Wallet, mit dem du sozusagen den Prozess fortsetzen möchtest. Also in dem Fall würdest du dann auf Trezor One gehen und ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Schritt durchgehen, weil vieles ist eben selbsterklärend und ich kann es auch nicht mein eigenes Hardware Wallet, also das Trezor herzeigen, weil da sind noch alte Transaktionen drauf, die ich aus privaten Gründen jetzt nicht unbedingt mit allen möglichen sensiblen Daten herzeigen möchte. Im Prinzip gehst du einfach auf trezor.io, gehst auf das jeweilige Gerät, das du bestellt hattest und gekauft hast, dann gehst du zum Beispiel auf Trezor One, gehst auf Continue Wallet, also fortsetzen. Ja, und da wirst du dann aufgefordert, eben deinen Trezor zu verbinden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, oder mit einer sicheren Grenzen der Wahrscheinlichkeit, dass die Schnittstelle quasi deines Computers oder das Web nicht mit deinem Hardware Wallet kommunizieren kannst. Also was machst du? So ein Bridge, also es ist eine Art Schnittstelle, die du downloaden kannst, die kannst du sogar danach, wenn du dann mit allem dann fertig bist, sogar das Bridge dann wieder deinstallieren, musst du aber nicht. Aber auf jeden Fall wirst du dazu aufgefordert, weil es eben keine Kommunikation gibt, wirst du gewöhnlich aufgefordert, das Trezor Bridge, also da ist es schon unten, nicht? Da steht, das Gerät nicht erkannt, versuche Trezor Bridge zu installieren. Und da gehst du auf Trezor Bridge, das ist im Prinzip selbst erklärt, wie jeder andere Software, tust du es einfach downloaden und installieren. Und dann kann dein Web Interface, die Schnittstelle, dein Computer, dein Laptop mit deinem Trezor One oder deinem Trezor Hardware Wallet kommunizieren. Die weiteren Schritte dann befolgst, die dann auch natürlich selbsterklärend sind, da wirst du einfach aufgefordert, Zeichnung einzugeben, einen Namen und dann eben bekommst du diese 24 Wörter, also die minomische Phrase, die aus 24 geheimen Wörtern besteht. Und die solltest du wirklich achtsam, sorgfältig aufschreiben. Du wirst dann dann noch einmal über das Gerät, über Trezor dann noch einmal sozusagen getestet, ob du ja auch wirklich diese 24 minomischen Wörter, also diese Phrase aus 24 Wörtern wirklich korrekt aufgeschrieben hast. Da wird nochmal ein Test durchgegangen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass du dein Hardware Gerät updatest. Und dazu gibt es von Keep It Simple Bitcoin, der macht ganz tolle Tutorials und Guides und also Art Coaching Videos. Du kannst den auf YouTube finden, Keep It Simple Bitcoin. Und da habe ich mir eben eins herausgeholt, herausgesucht, nämlich Bitcoin Playground Upgrading Trezor Firmware to Bitcoin Only. Ich würde dir auf jeden Fall raten, falls du jetzt kein Anhänger von irgendwelchen Shitcoins bist, dein Hardware Gerät, dein Trezor One oder was auch immer, dein Trezor T, mit einer bestimmten Software dann später auf ein Bitcoin, nur Bitcoin Software umzufunktionieren. Also das Down zu loaden und zu installieren, damit eben auch dein Gerät so sicher als möglich ist, weil je mehr diese Software, diese verschiedenen Altcoins, Shitcoins drauf sind, desto mehr Eingriffsfläche natürlich gibt es auch. Also gehen wir das Ganze mal durch. Ich habe hier die Lautstärke einfach abgedreht, weil da eben die Musik oft im Hintergrund spielt. Also da zeigte dir, wie man die Bitcoin, nur Bitcoin Trezor Firmenware updatet. Dazu gehst du nämlich auf diese Seite, zum Beispiel wiki.trezor.io oder du gehst direkt, ich gebe es auf Google ein, Bitcoin Only Firmware Trezor. Und dann solltest du auf wiki.trezor.io-bitcoin-firmware kommen. Das werde ich alles in die Show Notes noch hineinschreiben, aber gehen wir nochmal, gehen wir einfach das Video einfach mal durch. So, da ist er jetzt auf der Website eben, trezor.io. Da hat eben auch ganz bewusst eben diese Shitcoins durchgestrichen, weil es hier wirklich nur um Bitcoin geht. Und da wird jetzt installiert. So, es ist auf der Seite, die ich euch vorhin schon gezeigt habe, auf trezor.io. Also in diesem Fall hat sein Gerät noch nicht das Trezor Web Wallet genutzt. Und deshalb wird er sozusagen das Notwendigste machen, um eben die Firmenware, die Software quasi abzugraden auf ein Bitcoin Only Software. Also nur Bitcoin. So, also zunächst einmal, wie gesagt, das Trezor Bridge, das ich hier auch vorhin auf dieser Seite gezeigt habe. Also je nachdem, welches Betriebssystem kannst du eben Mac oder Windows oder was auch immer. Und dann, man kann natürlich nachher, wenn man möchte, das Trezor Bridge wieder deinstallieren, sozusagen nach dem Update der Firmenware, also der Firmensoftware. So, jetzt ist das Ganze downgeloadet, installiert das Trezor Bridge. Also es ist alles selbsterklärend. Und dann eben geht man automatisch, wird man umgeleitet auf wallet.trezor.io. Raute, schräg, schräg, device, schräg, schräg eben mit der spezifischen Zahl zugewiesen. So, und jetzt gehst du auf Create Wallet. Also du kreierst einfach nur ein Wallet. Hier in dem konkreten Fall ist es nur ein Dummy Wallet, um einfach nur den Prozess zu demonstrieren. Und hier sehen wir auch rechts davon sozusagen seine Hardware, Trezor One, wo er da immer wieder mit dem, vor allem mit der rechten Taste bestätigen muss. Dann bestätigst du eben die Bedingungen, die allgemeinen Bedingungen, Geschäftsbedingungen und so weiter. Dann bestätigt er das Ganze auf dem Gerät selbst. Also du schließt dir natürlich das Gerät mit dem USB an, aber es ist auf jeden Fall abgekoppelt von der Tastatur oder sonst irgendwas. Du musst jetzt nichts auf der Tastatur irgendwas bestätigen. Und dazu gibt es auch übrigens ein Blogpost, eine Seite, da gibt es auch einen Blog. Das kannst du alles durchlesen auf Englisch leider. Und da sind eben auch die Installationsanleitungen. HTTPS, Doppelpunkt, Doppel, Schräg, Schräg, Wallet.Tresor.io, Schräg, 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 Verbinde den Tresor über den USB-Anschluss natürlich. Und wenn du ein Tresor Modell T verwendest und die Firmenware oder die Software, die Version ist niedriger als 2.1.0, dann solltest du auf jeden Fall zur letzten verfügbaren Version mittels der Web Wallet zunächst mal upgraden. Dann gibt es eben ein Custom-Unterstrich-Firmware. Und zwar nach diesem Strich, nach dieser Zahlenabfolge, die hier in deiner Browser angezeigt wird. Das zeige ich, also ich gehe noch genauer drauf ein. So, also nach dem Tresor Device ID im URL, im Browser, gibt es einfach ein Custom-Unterstrich-Firmware. Dann downloadst du dir die letzte Firmenware, also die Software-Installation, also die Datei für dein entsprechendes Gerät. Also je nachdem, welches Gerät du hast, Trezor One oder Modell T. Und klickst dann auf, wähle, selektiere die Datei aus, um eben die Firmensoftware, die Datei abzuloten. Dann wird das Trezor Wallet aufgefordert werden, das Update zu initiieren, den Prozess zu initiieren. Und dann einfach muss man ganz normal die Instruktionen befolgen, um diese Datei dann, diese Software, Bitcoin-Only, auf dem Gerät zu installieren. Beziehungsweise überhaupt die letzte Software zu installieren. Und hier eben, ja, wenn du den Browser dann siehst, gibst du einfach ein, diesen Text eben, ja, also Custom-Unterstrich-Firmware oder Firmware auf Deutsch, quasi eine Firmen oder Custom-Unterstrich-Firmware. Und zwar, da steht dann eben in deinem Browser Wallet.trezor.io-Route-Eine-Zahlen und dann danach ein Schrägstrich-Wieder und da gibst du eben diesen Begriff ein, Custom-Unterstrich-Firmware. Genau, und da zeigt er dir eben, wie das im Browser, in der Browser-Leiste ausschauen soll, ja. Also HTTPS, Doppelpunkt, schaut das dann so aus, Doppel-Wallet.trezor.io-Route-Device-Eine-Zahlen, die dir zugeordnet ist-Custom-Unterstrich-Firmware. So, dann selektieren wir eben die Datei, die wir schon nämlich hier Downgeloader installiert haben. Das zeige ich dir gleich. Und zwar gehst du auf wiki.trezor.io-Bitcoin-Firmware. Und da kannst du, von dieser Seite kannst du eben auch, je nachdem für welches Modell, ja, also wenn du ein Trezor One hast, ja, dann gehst du einfach ganz runter. Also das ist mit Befehlszeilen hier, aber du gehst einfach ganz runter, weil du willst sozusagen was möglichst Einfaches haben und willst es einfach machen mit der Wallet Web Interface. Und Downloads installierst für dein jeweiliges Gerät. Im konkreten Fall ist es jetzt das Trezor 1.9.3, je nachdem was die letzte Version ist, Bitcoin-Only.bin. Und das tust du einfach mal downloaden in deinem Download-Folder und hältst es bereit. Und da eben, wenn du dann sozusagen die Firmware dann installieren möchtest, da gehst du auch selektieren, ja, also uploadest einfach normal die Datei, die du schon vorher downgeloadet hast. Und dann gehst du auf Fortsetzen, ja, und im Prinzip ist es dann wirklich selbsterklärend, ja, beziehungsweise du entfernst das Gerät vom USB-Kabel, ja, und wenn du das dann, äh, und dann musst du das Gerät wieder anschließen. Dabei hältst du die zwei Knöpfe gleichzeitig, ja, und schließt das Kabel, das USB-Kabel am Gerät wieder an. So, dann bestätigst du, dass du dein Seed-Backup hast, schön sorgfältig aufgeschrieben hattest. Da musst du wirklich sicher gehen, dass du auch tatsächlich das Seed-Backup auch irgendwo sicher aufbewahrt hast. Und gut, dann bestätigst du das am Gerät. Fortsetzen, installiert die Firmenware, die Software. So, und jetzt musst du noch einmal dein Hardwaregerät, dein Trezor One, wieder entfernen und dann wieder anschließen. So, die Software ist installiert, ja, so, und jetzt hast du ein Bitcoin-only-Software darauf installiert. Also, in diesem konkreten Fall tut er jetzt einfach das Gerät einfach löschen, ja, weil er hat das nur zu demonstrativen Zwecken jetzt mal gezeigt. Er löscht es und da kannst du dann noch einmal sozusagen das Gerät, also alle Daten werden dann quasi gelöscht von diesem Gerät und fortsetzen. Du kannst es natürlich, ja, das war es dann auch schon. Also, ich werde auf jeden Fall diese verschiedenen Seiten in die Shownotes, die für dich wesentlich sind, hinzufügen. Also, wichtig ist eben Wallet.trezor.io. Das ist, wenn du eben schon dein Wallet installiert hast, alles schon aktiviert ist. Aber sonst gehst du ganz normal auf www.trezor.io-start und da kannst du einfach ein Schritt nach dem anderen, je nachdem welches Gerät du hast, im konkreten Fall eben Trezor One, Continue to Wallet, ja, und da gehst du eben, da wirst du dann automatisch auf wallet.trezor.io weitergeleitet. Was du noch machen kannst übrigens ist eine neue Entwicklung jetzt bei Trezor und zwar gibt es suite.trezor.io, also s-u-i-t-e.trezor.io und da kannst du, da haben sie sehr viele Funktionen eingebaut. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr jetzt, das ist jetzt ins Detail gehen, aber da werden noch viele andere Funktionen, ob das jetzt die TOR-Funktion ist, die Möglichkeit dann auch später dein Harden Wallet mit deinem eigenen Fullnode zu verbinden, ja, weil das macht dich dann wirklich zu einem totalen, selbstsouveränen Bitcoin-Nutzer. Also, da kannst du auch die Desktop-App einfach downloaden, was sicher, ja, für, sicher irgendwelche Vorteile hat, also da bin ich, da gibt es einen eigenen Blog-Artikel dazu, das du dir durchlesen kannst und zwar auf blog.trezor.io, Privacy in Trezor Suite, also da geht es um Privatsphäre und das ist so eine Update-Version vom 20.11. und da haben sie eben TOR eingebaut und da werden noch viele andere Funktionen in weiterer Folge nächstes Jahr eingebaut werden. Das ist noch der frühere Artikel, auch auf blog.trezor.io, alles was du über Trezor Suite wissen solltest, kannst du dir auch auf jeden Fall auf Englisch durchlesen. Und, ja, da gibt es noch eben wiki.trezor.io, wo du unter anderem ja nicht mehr Informationen dir durchlesen kannst, sondern auch dein Bitcoin-Only, also nur Bitcoin-Software downloaden kannst und da ist es auch schon hier noch einmal angezeigt. Ja, das war es noch schon. Ich hoffe, ich konnte dir ein größeres Verständnis, die größte Zusammenhänge auch vermitteln, die einzelnen Schritte, aber auf jeden Fall kannst du dir das Trezor Suite for Web eben anklicken da oben, wenn du auf suite.trezor.io gehst. Und da, ich glaube, da ist ja auch schon vieles auch von der Nutzbarkeit, von der Schnittstelle, von der Nutzerschnittstelle viel, viel schöner geworden, viel geschmeidiger. Und da brauchst du einfach, du bist einfach nur aufgefordert, dein Trezor anzuschließen über deinen Laptop und dann die weiteren Schritte zu überfolgen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und falls du irgendwelche Fragen haben solltest oder ein einzelnes Coaching benötigen solltest, meine E-Mail-Adresse ist hello at thetotalconnector.com. Kontaktierst du mich eben über direkte Nachricht oder über eine E-Mail-Adresse kd.kevandavani.com oder hello at thetotalconnector.com, steht alles in den Shownotes. Weitere Informationen werde ich, wie gesagt, auch in den Shownotes. Ich werde noch weitere Videos machen, demnächst über, auch zusammen mit anderen Hardware Wallets, Full Notes, Privatsphäre, Sicherheit, Coin-Mixing, Samurai Wallet und viele, viele andere nützliche und notwendige Informationen und Tutorials. In diesem Sinn bedanke ich mich bei dir. Bitte abonniere den Kanal, abonniere auch meine Podcast-Plattform auf anchor.fm-kevandavani. Falls du ein Fan bist von meinen Interviews, dann bitte liken, teilen, retweeten, sharen, eine 5-Sterne-Positive-Bewertung. Falls dir irgendein Interview wirklich gefallen hat, sollte iTunes oder auf den diversen Podcast-Plattformen hinterlassen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und es ist wirklich einfach, von der Exchange immer deine Bitcoins abziehen und auf dein Hardware Wallet transferieren. Das ist die ultima Ratio und die ultima Ratio-Nachricht auch meiner Videos und meines Coachings hier. Niemals deine Bitcoins auf irgendwelche Exchanges liegen lassen, denn dort könnten sie unter Umständen konfisziert werden irgendwann einmal. Man weiß ja nie, wie die Regierungen oder die jeweiligen Regierungen oder Behörden, regulativen Behörden da jetzt agieren. Aber immer nach dem Einkauf sofort, falls du auf eine Exchange, also eine zentralisierte Exchange rede ich. Also jetzt nicht von dezentralisierten Exchanges, wie beispielsweise Bisco oder HODL-HODL. Aber das ist halt nicht so nutzerfreundlich und das sind auch gewöhnlich ein bisschen teurere Preise über den Spotpreis, über den Marktpreis. Ja, ich konnte dir helfen. Mein Name ist Kevan Dabani, der Moderator der Total Bitcoins Podcast Show und der Total Connector Show. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, fürs Zuhören und bis bald. Zuhören und bis bald.